Das Wochenende naht, endlich mal ein bisschen Zeit zu Hause verbringen oder eben bei schönem Wetter draußen mit... Na okay, alles klar. Das wird wohl nichts mehr mit diesem Ansatz, also müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Vielleicht aber zumindest das Wochenende nochmal mit ein bisschen Gewinnen einläuten an den Märkten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell mit dem ersten Blick zumindest mal, sieht das ja auch noch nicht so richtig aus. Wir sehen, dass der Markt jetzt hier heute nicht so richtig toll unterwegs ist. Schauen wir mal kurz drauf, was vielleicht ein bisschen ein Grund dafür sein kann. Blicken wir mal auf die Arbeitsmarktdaten hier, dann sehen wir die Non-Farm-Payrolls sind deutlich besser ausgefallen als zuvor. Aber das war auch so erwartet worden, also keine echte, keine großartige Überraschung, was wir da haben hier von der Seite aus zumindest mal. Die Unemployment-Rate ist allerdings besser, zumindest niedriger, sagen wir es mal so, ausgefallen. Warum stelle ich das überhaupt in Frage? Na, manch einer wünscht sich schon noch, bitte, bitte keine zu guten Daten, dann hat die Notenbank wieder ein Argument weniger, noch mehr Geld zu drucken. Es wäre doch toll, wenn die Zahlen alle total doof sind. Es der Wirtschaft schlecht geht, dann ist doch die Notenbank besonders freigebig. Da seht ihr, ihr müsst manchmal um die Ecke denken. Also von der Seite aus deutlich besser als erwartet auch, die Unemployment-Rate bei 6,3, 6,7 war erwartet worden, unverändert. Also ein bisschen ein Einfluss schon da. Aber egal, wie die Zahlen jetzt sind, ich will die gar nicht bewerten, ich bin nicht der große Fundamentalist. Und ich muss sagen, ich habe es eben schon angedeutet, es ist ja auch schwer, sich dann festzulegen, sind gute Zahlen jetzt gut? Ist doch super, dann geht es ja wirtschaftsgut. Ja, aber dann kommt die Notenbank wieder und nimmt uns das Geld weg. Oder ist es nicht besser, wenn es schlecht geht? Da kommt noch mehr Geld in den Markt. Also ihr seht, so einfach ist das Ganze nicht, das daran ablesen zu können. Deshalb gucke ich immer drauf, wie sieht es denn der Markt? Und der Markt zeigt das ganz deutlich im Chart. Da ist es, wenn wir das mal sehen, hier zumindest dann mal im Laufe des späten Nachmittages hier weiter nach unten gegangen. So, wird das dann also jetzt so weitergehen? Ja, wenn ich das wüsste, wäre cool. Aber wir können mal gucken, was wir bisher haben. Bis jetzt hatten wir einen riesigen Ansturm hier nach oben. Ihr seht das hier noch im 4-Stunden-Chart. Fast ungebremst der Kurs hier nach oben. Und auch immer noch über weite Teile einfach die starken Bewegungen. Das, was ich immer so gerne mir angucke hier. Ob man das dann nachts um 4 sieht, ist dann eine andere Geschichte. Und ob man sich dann morgens um 5 Uhr triggern lässt, weil man noch rechtzeitig zwischen Klo und Kühlschrank, je nachdem, wo man da morgens noch vorbeiläuft, dann rechtzeitig die Order reingestellt hat. Das ist mal dahingestellt. Aber das Prinzip ist eben da ebenfalls noch gültig gewesen. Jetzt allerdings erstmal die Abwärtsrichtung. Die allerdings, das muss man auch klar sagen, hier hatten wir so Gegenbewegung. Hier nochmal so ein bisschen, auch das jetzt. Mir ist das zu viel rumgefuddelt. Das ist noch nicht die starke Abwärtsseite, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, es geht ziemlich deutlich runter. Aber hier zumindest mal noch nicht die starke. Wenn jetzt der Kurs sich davon lösen kann, von dieser Abwärtsrichtung, dann hätten wir hier vielleicht sogar noch eine Korrektur und dann ebenfalls nochmal das nach oben. Vorsichtig, das ist für mich kein sinnvoller Trigger für den Trade. Das ist zwar eine Bestätigung, dass Long vorläufig die richtige ist, aber daraus lassen sich keine guten und genügend weite Ziele identifizieren. Denn das ist sicherlich nicht die erste Korrektur dieser Aufwärtsbewegung. Naja, da erzähle ich nichts Neues. Klar, der Markt lief ja auch schon eine ganze Weile. Also es ist sehr realistisch möglich, dass hier dann eben noch so ein bisschen ein Anstieg kommt und der Markt dann in die Pause geht. Das kann ich mir übrigens nochmal vorstellen vor dem Wochenende, dass er sich hier nochmal verrappelt. Allerdings müsste er dafür auch den Dreh kriegen. Jetzt habe ich eben schon angedeutet, das ist also kein Einstieg. Ja, der ist einfach zu weit weg. Das macht keinen Sinn. Was für mich allerdings wieder sinnvoll wäre, wäre ein Einstieg, der sich hier dann auf der kleineren Ebene... Eigentlich kann man sagen, das hast du doch hier vorne gehabt, wenn wir sowas hier kriegen. Muss ja nicht immer um 5 Uhr morgens sein. Kann ja auch um 5 Uhr nachmittags noch passieren. Wenn wir sowas eben bekämen, dann hätte man die Chance zu sagen, wieso, der sagt doch auch immer, wenn es steil geht, dann gibt es mal eine ABC-Wackelei runter, dann vielleicht nochmal so eine 1 zu 1. Hat nicht ganz gepasst, aber ist jetzt hier auch sowieso eine vielfache Fortsetzung. Aber irgendwie sowas in der Richtung, wenn wir hier einen Einstieg, einen Anstieg erstmal bekommen, dann eine Wackelei, dann hatten wir hier einen Einstieg und dann mindestens mal die Voraussetzung, dass wir sowas hier nochmal bekämen, mit nicht unrealistischen Chancen, dass es auch nochmal hier rüber geht. Also das wäre so das, worauf ich jetzt achte. Wollen wir mal gucken, aktuell kommt der Kurs ja wieder ein bisschen hoch. Wir werden uns das Ganze jetzt gleich live angucken. Für diejenigen, die Spaß daran haben, gucken Sie sich mal das Born for Trading Angebot an. Da gibt es ja die Möglichkeiten, zum Beispiel auch Informationen nochmal aufs Smartphone zu bekommen oder aber wer es Hardcore praktizieren will, eben mit uns gemeinsam da drauf zu gucken, einfach um ein bisschen da am Ball zu sein. Trotz alledem, zusätzlich gibt es noch den Tipp auf den Trade des Tages. Heute ist es die Tesla-Aktie, die wir uns da angeguckt haben. Wir haben ja kurzfristige, wir haben langfristige, immer wieder mal so zur Abwechslung, dass für alle was mit dabei ist. Und ihr wisst ja, die Prinzipien sind immer die gleichen, ob ihr im Großen oder im Kleinen guckt, ihr könnt das immer wieder alternativ anwenden. Auf die Zeitebene eurer Wahl. So, in diesem Sinne, lasst uns heute Nachmittag mal gucken, was da noch geht. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, wünsche euch alles Gute. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht in den Märkten, ansonsten nächste Woche. Bis dahin, macht's gut.